Herzlich willkommen bei astroshop.de. Mein Name ist Markus Schenk. Das Omegon 130 920 Eco 3 ist ein Newton-Spiegel-Teleskop mit 130 Millimetern Öffnung. Sie können damit wunderbar die großen Planeten Saturn und Jupiter beobachten. Erste Details wie Wolkenbänder treten auf Jupiter deutlich hervor. Außerdem ebnet ihnen das Teleskop den Weg zu ersten hellen Nebelobjekten, Gebilde, die oft Tausende von Lichtjahren von der Erde entfernt sind. Mit 130 Millimetern Öffnung erhalten sie ein Teleskop, was 30 Prozent lichtstärker ist als ein 114 Millimeter Newton-Teleskop. Sie erhalten ein komplettes Teleskop. Das Stativ ist dabei, die Montierung ist dabei und auch der optische Tubus. Außerdem ist es genauso für Kinder und Erwachsene geeignet. Der Motor eines Teleskops ist die Objektivöffnung. Je größer, desto leistungsfähiger ist das Gerät. Mit 130 Millimetern Öffnung erhalten sie ein Teleskop, das 344 mal mehr Licht als das bloße Auge sammelt. Erkunden sie die Kraterlandschaft unseres Mondes. Auch die wahre Natur der Planeten zeigt sich direkt vor ihren Augen. Erscheint der Planet Saturn mit dem bloßen Auge noch wie ein Stern, sehen sie mit diesem Teleskop eine richtige Planetenscheibe mit einem imposanten Ring. Doch nicht nur das. Blicken sie weiter hinaus in den Weltraum. Entdecken sie erste Deep-Sky-Objekte wie den Orionnebel oder die berühmte Andromeda-Galaxie. Das Omegon 130 920 Eco 3 ist mit einem 1,25 Zoll Okularauszug ausgestattet. Hier können sie verschiedene Okulare, Filter oder weiteres Zubehör einsetzen. Während sie durch das Okular blicken, stellen sie mit dem Fokusrad die exakte Schärfe ein. Die Brennweite des eingesetzten Okulars bestimmt dabei die Vergrößerung. Das Omegon 130 920 Eco 3 wird mit einem Leuchtpunktsucher geliefert. Schalten sie den Sucher ein und dimmen sie ihn auf die gewünschte Helligkeit. Peilen sie am Abend durch den Leuchtpunktsucher, so erscheint ihnen ein roter Punkt im Visier. Durch diesen ist es einfach, das gewünschte Himmelsobjekt exakt im Teleskop einzustellen. Das Omegon 130 920 ist mit einer parallaktischen Eco 3 Montierung ausgestattet. Ihre Beobachtung wird dadurch angenehm und äußerst komfortabel. Gegenüber der etwas kleineren Eco 2 Montierung ist sie tragkräftiger. In der Praxis bedeutet dies einen stabileren Sitz der Optik. Die Gegengewichtsstange und ein passendes Gegengewicht sorgen dabei immer für ein exakt ausbalanciertes Instrument. Durch ein leichtes Drehen an einer der biegsamen Wellen bedienen sie die Nachführung des Teleskops. Somit halten sie das Objekt kinderleicht im Blickfeld. Optional können sie die Montierung mit einem Motor ausstatten, dann geht alles wie von selbst. Mit dem Teleskop erhalten sie zwei Okulare und eine Barlow-Linse, um die Vergrößerung zu verdoppeln, einen LED-Sucher und einen aufgesetzten Kamerahalter. Die im Stativ angebrachte Auflagefläche können sie zum Ablegen von Okularen, Filtern oder anderem Zubehör nutzen. Mit dem Omegon 130 920 Eco 3 Teleskop erhalten sie ein praktisches Einsteigergerät, mit dem sie garantiert viel Freude haben. Erstes Zubehör für den Start ist enthalten. Außerdem können sie später das Teleskop vielseitig aufrüsten.